Willkommen zu GamerU Pet Rescue Saga Tipps und Tricks Level 140. Um Level 140 zu gewinnen, müssen Sie 4 Tiere retten und 13.000 Punkte innerhalb von 50 Zügen erreichen. Hier sind zwei Tipps, um Ihnen zu helfen, Level 140 zu gewinnen. Erster Tipp. Bauen Sie die Rakete auf, indem Sie große Verbindungen entfernen oder gleichfarbige Blöcke mit 2 Malblöcken kombinieren, um die Rakete schnell aufzubauen und mehr Punkte zu verdienen. Verwenden Sie die Rakete, um Tiere zu retten. Zweiter Tipp. Versuchen Sie das Muster mit den infizierten Bällen zu verändern, indem Sie die unteren Blöcke entfernen oder die Rakete zur Hilfe nutzen. Es ist in Ordnung, wenn Sie einige Züge benötigen, um das Muster zu zerbrechen. Wenn das Muster gebrochen ist, brauchen Sie nur noch einige Züge, um 4 Tiere zu retten. Denken Sie daran, wenn deren Muster gebrochen ist, können die infizierten Bälle hilfreich bei der Befreiung der Tiere sein und um die Rakete aufzubauen. Das war's und viel Glück!